Migros war schon immer mehr als nur günstig. Für jeden Einkauf hat man etwas zurückgekriegt. Sprachschulen, Kochen, Kulturen unterstützt, Parks gebaut und noch viel mehr. Das ist heute nicht anders als früher. Ganz... ...ein Sinn vom Tutti. Grosi, das kenne ich doch schon alles. Migros ist eben eine gute Geschichte. Wir möchten der Gesellschaft etwas zurückgeben. Deshalb versprechen wir Manon, bis 2020 investieren wir eine Milliarde Franken in Freizeit, Bildung und Kultur. Generation M – Versprechen an die Generation von morgen.